Ich will euch diese Waffe zeigen. Guckt euch das an. Ich finde die Waffe einfach göckig. Guckt euch das an. Diese Waffe ist eine meiner Lieblingswaffen. Sie macht richtig guten Damage. Ja, aber eine meiner fordert mir die gegeben. Da habe ich eine sehr große Collection. Oh ja, meine Lieblingswaffe weil sie einfach aussieht wie eine richtige Pistole. Ich bin ein großer Fan von E-Tech Waffen, die man sehen kann. Ich meine hier E-Tech Sniper. E-Tech Sniper. Ganz besonders von Mario, weil die einfach geil aussehen. Diese Waffe habe ich nie ganz verstanden. Auf einmal ja. Sie ist gut. Weil es cool aussieht. Ich habe ein paar Relics, die ich kaum benutze. Oh, das ist falsch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, kann ich verkaufen. Ja. Falls mich irgendjemand joinen will, das ist mein Name. Ja. Das hier. Wie gesagt. Wenn die Kamera fokussiert sich kaum auf der TSP-KL, wenn man sehen kann. Dann geht es ruhig, wenn ihr da seid. Ich sage die Kamera, ihr könnt. Ja, ich suche nur, ihr habt eine Katastrophe. Das ist mich das Ganze nicht möglich.